Es ist schon ein bisschen merkwürdig. Bitcoin hat eine Marktkapitalisierung von mehr als 500 Milliarden US-Dollar, aber niemand weiss genau, wer sein Gründer eigentlich ist. Dies ist eines der Alleinstellungsmerkmale, die Bitcoin gegenüber Unternehmen und von anderen Vermögenswerten unterscheidet. Oftmals ermöglicht erst ein charismatischer Leader das Vertrauen von Anlegern. Man denke nur an Steve Jobs, Elon Musk und weitere bekannte Führungspersönlichkeiten. Dass Bitcoin diese Hürde im Laufe der Jahre überkommen konnte, liegt an der radikalen Transparenz der Blockchain-Anwendung. Der Source-Code sowie die Blockchain sind öffentlich einsehbar und auditeerbar. Und das zurückgehend auf Tag 1. Das Pseudonym, welches mit der Erfindung von Bitcoin verknüpft ist, ist bekannt als Satoshi Nakamoto. Unter diesem Namen wurde die Cypherpunk-Mailingliste ab 2008 mit Informationen zum Bitcoin-Whitepaper versorgt, sowie später im Bitcoin-Talk-Forum gepostet. Die wahre Identität hinter dem Account konnte allerdings nie geklärt werden. Und als wenn das nicht schon besonders genug wäre, seit dem 26. April 2011 ist der Account still und man hat nie wieder etwas von Satoshi gehört. In seiner letzten Mail kündigte er an, nun an anderen Projekten arbeiten zu wollen. Satoshi war der erste Miner, Besitzer und Versender im Bitcoin-Netzwerk. Er konnte in der Anfangszeit über eine Million Bitcoin auf seinen Adressen ansammeln. Bewegt wurden sie allerdings nie. Satoshi verfügt über ein Vermögen, welches ihn zu einem der reichsten Menschen der Welt macht. Genutzt hat er dieses aber ebenfalls nie. Das legt zwei Schlüsse nahe. Entweder hat er die privaten Schlüssel zu seinem Schatz mutwillig zerstört und wird niemals wieder auftauchen. Oder es gibt sie noch irgendwo und Satoshi Nakamoto könnte irgendwann zurückkehren. Und damit heisse ich dich herzlich willkommen bei Bitcoin-Reise. Hier behandeln wir Themen der Bitcoin-Welt. Unser Ziel ist es, dass du dich mit unseren Beispielen und einfachen Erklärungen im Bitcoin-Dschungel zurechtfindest. Die Bitcoin-Community wird jedes Mal nervös, wenn Bitcoin aus den Jahren vor 2011 bewegt werden. Waren das Bitcoin von Satoshi? Ist er wieder zurück? Bis heute halten sich zahlreiche Mythen über seine Rückkehr. Deshalb schauen wir uns heute zwei Theorien an, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Theorie 1 Satoshi ist eine Einzelperson Über die Jahre gab es viele, die von sich aus behauptet haben, Satoshi zu sein. Keiner konnte aber jemals einen stichhaltigen Beweis erbringen. Dennoch gibt es einige Hinweise darauf, dass Satoshi eine Einzelperson sein könnte. Hier sind vier davon. 1. Die Kommunikation ist konsistent. Der Stil der Kommunikation deutet darauf hin, dass es sich um eine Einzelperson handelt. Die Art der Sprache, Nutzung von Grammatik und Rechtschreibung in den öffentlich verfügbaren E-Mails, dem White Paper und Forenbeiträgen ist relativ konsistent und ähnelt einem gleichbleibenden Schreibstil. 2. Der Bitcoin-Code deutet auf Einzelarbeit hin. Der ursprüngliche Code für Bitcoin gibt keine Hinweise darauf, dass es sich um eine Gruppenarbeit handelte. Die Codierpraktiken sind sehr ähnlich und deuten darauf hin, dass nur eine Person über die umfangreichen Programmierkenntnisse verfügte. 3. Die Zeitzone ist die gleiche. Die Tatsache, dass Satoshi Nakamoto sich hauptsächlich in der GMT-Zeitzone bewegte, deutet darauf hin, dass es sich bei der Person möglicherweise um einen Bewohner des Vereinigten Königreichs handelt. Dies wird unterstützt mit dem Fakt, dass sich im ersten Blog von Bitcoin eine versteckte Nachricht befindet, die sich auf einen Zeitungsartikel in Grossbritannien bezog. 4. Die Wahrscheinlichkeit der Offenlegung. Wenn Satoshi Nakamoto mehrere Personen gewesen wäre, wäre es wahrscheinlicher, dass jemand irgendwann in den letzten Jahren seine Identität preisgegeben hätte. Da dies nicht der Fall ist, ist es wahrscheinlicher, dass es sich um eine Einzelperson handelt. 5. Die Bitcoin-Community rätselt immer wieder, welche Einzelperson hinter dem Pseudonym stecken könnte. Wir haben dazu bereits ein Video erstellt. Du findest es, wenn du rechts oben auf die Infokarte klickst. Kommen wir zu Theorie Nummer 2. Satoshi ist eine Gruppe. Genauso wie es Theorien darüber gibt, dass Satoshi eine Einzelperson ist, gibt es auch Theorien darüber, dass Satoshi Nakamoto das Pseudonym einer ganzen Gruppe sein könnte. Dazu gibt es viele weitere Theorien, die teilweise in Richtung von Verschwörungstheorien gehen. So behaupten einige, hinter Bitcoin stehe ein grosses Unternehmen oder eine Regierungsorganisation wie die CIA. Hier sind vier Hinweise, die darauf deuten, dass Bitcoin von einer Gruppe gegründet wurde. 1. Die Komplexität von Bitcoin Bitcoin ist ein sehr komplexes System, das von einem einzigen Individuum möglicherweise nicht in so kurzer Zeit erstellt werden könnte. Es wird vermutet, dass es mehrere Personen oder ein Team von Entwicklern benötigt hat, um das System zu erstellen. 2. Das Datum der Veröffentlichung des White Papers Das Gründungsdokument von Bitcoin wurde am 31. Oktober 2008 veröffentlicht. Dieses Datum fällt mit dem Jahrestag des berüchtigten Halloween-Dokuments von 1998 zusammen, das von einer Gruppe von Cypherpunks verfasst wurde und das Ziel hatte, Open-Source-Software zu fördern. Dies könnte darauf hindeuten, dass Satoshi Nakamoto mit dieser Gruppe in Verbindung steht. 3. Die frühen Tage von Bitcoin In den frühen Tagen von Bitcoin gab es mehrere Beiträge von Personen, die behaupteten, an der Entwicklung von Bitcoin beteiligt gewesen zu sein. Es gibt auch Hinweise darauf, dass Bitcoin von einer Gruppe von Cypherpunks entwickelt wurde, die an einem dezentralisierten elektronischen Zahlungssystem arbeiteten. 4. Die Verwendung von Wir in einigen Beiträgen In einigen Beiträgen auf Foren und Mailinglisten hat Satoshi Nakamoto das Pronomen Wir verwendet. Das weist darauf hin, dass es sich um eine Gruppe von Personen handeln könnte. Egal ob Einzelperson oder Gruppe, werden wir jemals wissen, wer Satoshi wirklich ist? Auf diese Frage gibt es eine einfache Antwort. Vielleicht. Selbst falls Satoshi wirklich zurückkommt und seine Identität zweifelsfrei nachweist, indem er beispielsweise über seinen alten Account Post verfasst und eine Nachricht mit Schlüsseln signiert, die klar ihm zugewiesen werden können, würde dies noch längst nicht bedeuten, dass er seine Identität auch preisgibt. Momentan gäbe es jedenfalls keinerlei Gründe für eine Rückkehr. Das Netzwerk läuft autark und das Vermögen in US-Dollar, welches sich in Satoshis Adressen befindet, war bereits deutlich grösser. Außerdem gab es nie Anzeichen für einen Verkauf. Sollte die Identität von Satoshi jemals bekannt werden, sähe sich die Person oder Gruppe wohl massiven medialen und politischen Druck ausgesetzt. Doch was bedeutet das für dich? Kann eine Rückkehr von Satoshi Bitcoin nachhaltig gefährden? Nein. Bitcoin wurde als selbstregulierendes Netzwerk geschaffen und Satoshi hat als einzelne Entität keinen Einfluss mehr auf den Code. Ein Verkauf seiner Bestände würde sicher dennoch für einen grossen Wirbel am Bitcoin-Markt sorgen, da es um etwa 5% aller existierenden Bitcoin geht. Mit jedem Block, den das Bitcoin-Netzwerk produziert, wird eine Rückkehr Satoshis unwahrscheinlicher. Gleichzeitig wächst das Mysterium rund um ihn. Unsere Vorhersage ist, das Rätsel um Satoshi Nakamoto wird nie gelöst. Die Bitcoin, die ihm zugeordnet werden, ruhen für immer in ihren Adressen. Und der Nutzer Satoshi hat seinen letzten Post im Bitcoin-Talk-Forum vor ziemlich genau 12 Jahren abgesetzt. Damit wird Satoshi Nakamoto wohl für immer und ewig als Symbol für Anonymität und Dezentralität stehen. Wie siehst du das? Wird Satoshi Nakamoto jemals wieder zurückkehren? Lass uns deine Meinung gerne in den Kommentaren wissen. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere unseren YouTube-Kanal, wenn du mehr solche Erklärvideos sehen möchtest. Geniess die Bitcoin-Reise und bis zum nächsten Mal! Was? Was ist das?